You need to know that I'm a riot You need to know that I'm a riot Tonight we gonna set the streets on fire So wieder hallo und willkommen zurück zu einer Ausgabe von Superstreet the Game in der Beta-Version. Das ist immer alles klar, Disclaimer, falls ihr Fehler drin sein solltet, zum Beispiel jetzt am Anfang, wir haben hier gerade keine Musik, deswegen ist es sehr, sehr still. Ihr seht aber Töne sind da, das Spiel lädt nur irgendwie die Musik gerade nicht im Hauptmenü, aber wir machen trotzdem weiter und spielen ein bisschen. Kleine Sache, die ich direkt mal eingehen muss, ich habe ja letztes Mal die Motoren gezeigt und habe dann hier wunderschön so rausgebohrt, das ist ein RB26, ja, RB26, 2,6 Liter, da steht 3 Liter. Das ist ein Motor aus der Supra und kein RB26 Motor, mein Fehler. Entschuldigung dafür, das hier ein Subi-Motor haben wir hier zum Beispiel, ja, das ist halt ein stahlmäßiger 2 Liter Vierzylinder, 4,5 Liter V8 haben wir noch und ein 6 Liter V12 haben wir auch noch, so, das sind die Motoren, die man wechseln kann. Aber, darum soll es nicht gehen, wir wollen wieder Musik haben, dementsprechend müssen wir jetzt mal wieder in den Rennen reingehen, weil dann haben wir wieder welche auch, hoffentlich. Und letztes Mal haben wir den Wagen ja schon ein bisschen gepimpt, wie krassen Leute in den Socken wüggen, der ist voll krass aufgemotzt, ja, ist die krasseste Kiste. Damit kriegen wir die Bitches nebenbei da hinten, warte, da hinten steht die Bitches-Sohn, warte, eine von zwei Bitches steht da hinten. Die malt wohl schön Sachen auf die Wand, ich habe keine Ahnung, ob sie vielleicht einfach mit sich selber hängen, Männchen, oh, wie heißt das nochmal? Ihr wisst, was ich meine, nicht die Strichmännchen, sondern hier dieses Buchstabenrad und dann, sonst hängt die Strichfigur. Aber ja, malst ihr da irgendwas dran, das ist ganz, ganz toll, kann sie super. Und auch ganz, ganz, wenn die ihr Gesicht zeigen, das vor allem auch, oh, hier gibt es ein Duell, ja, da geben wir doch mal direkt ein Duell, jetzt werden wir mal gespannt, jetzt fahren wir hier direkt anscheinend nur gegen einen Gegner. Das macht das Ganze, glaube ich, nicht herausfordernd, aber ich bin mal gespannt, ob wir überhaupt Leistung, denke ich, auch so gut mitkommen. Also aktuell haben wir hier nur Auspuff gemacht, der Rest ist voll Optik, wir sind der beste Wiser der Welt hier. Und ja, dann glaube ich, okay, wir fahren gegen mehrere Gegner. Ich habe keine Ahnung, wo noch nicht jetzt ist, dass es ein Duell ist. Vielleicht hat das Spiel jetzt am Anfang erklärt und ich habe es gekonnt, ignoriert. Das ist quasi mittlerweile jetzt so schön lackiert. Schön, oh, Alter, da flog. Okay, ich habe die Kurve mal so gar nicht bekommen. Nebenbei flog da gerade jemand durchs Bild, das war Duell. Duell fliegt gerne. Und weil es Super Street heißt, fahren wir auch gerne Super Dirty im Super Offroad. Das ist eine sehr kurze Strecke. Wo ist die fucking Handbremse, jetzt mal kein Scheiß, wo ist die? Ich suche gerade jetzt wirklich die Handbremse, ich spüre es euch. Ich will aber kurz die Handbremse haben. Ach, wo ist denn die Handbremse? B. Okay, ich drücke, das passiert nicht. Entweder muss ich hier noch einbauen oder die Karre hat keine. Das kann natürlich sein. Ich kenne ja auch die alten Golfs, die hatten keine Handbremse. Warum Auto am Berg stehen lassen? Ne, also die Handbremse funktioniert offiziell nicht. Ich weiß, bei anderen Autos funktioniert es. Ich weiß nicht, ob es hier aber der Karre nicht funktioniert. Also muss ich vernünftig bremsen. Ah, wie schön die Jungs sich hier wieder aufs Camppoint nehmen, Alter. Wie schön, meine Karre, ich habe gar keinen Bock, diese Kurve zu nehmen. Die Musik ist gerade gut. Also passt natürlich überhaupt nicht zum Spielgeschehen, aber mir gefällt es mir melodisch. Das klingt mir heftig. Alter, leck ein! Rudi, mach nicht diesen. Ah, guck dich, du Adlay. Ah, schön mit der Kreuzung, mit der X-Kreuzung drauf. Geil. Damit alle ihre hart zusammengebauten Autos kaputt fahren. Ja, okay, das ist dann in Gemeinschaftsarbeit. Sorry, das war keine Absicht. Ich habe immer noch kein Abonnier. Ich habe immer noch kein Abonnier, ich glaube, ich bin ein bisschen doof dafür, oder? Oder es funktioniert bei dem Auto noch nicht. Es ist eine Beta-Version. Es wird immer sehr, sehr schön unten eingestellt. Ich müsste hier richtig einen Greenskater machen, auch im Spiel, dann habt ihr schon keine Beta-Version da unten bestehen. Hallo, leck ein, leck ein, leck ein, leck ein. Was ist denn denn jetzt so träge? Der war in der letzten Folge so voll geil. Alter, ich stehe voll in den Eisen und es passiert nichts. Also, wenn wir das Rennen verkacken sollten, wissen wir schon mal, wo wir unser Geld investieren. In Bremsen und vielleicht Reifen. Obwohl, ich will ja auch Felgen noch machen. Aua. Die Musik ist halt so komplett unpassend. Wie gesagt, ich finde es schön, aber die passt halt gar nicht zu dem Spielgeschehen. Kein Scheiß. Jetzt sehen wir, wo ich das ganz so auf dem Wagen drauf hatte, erinnere mich irgendwie an den A3, an den 8P, 8P, 8V, 8P müsste es sein, an den Hatchback. Alter. Sorry, ich guck mal kurz, ob wir irgendwie vielleicht mal was dran machen können, dass die Karre so was wie eine Bremse hat. Das ist ja katastrophäisch. Ja, können wir uns eh nichts leisten. Also, momentan muss ich die nächste Rennen fahren, aber ich kriege die Karre nicht so stehen. Nicht mal im Ansatz. Da passiert nichts. Bremsanlage. Ach, kostet 900. Oh, fuck. Ich hätte keine Bremse. Okay, Bremse kann auch nicht brauchen. Vielleicht brauchen wir eine 4-4-Pist-3 hier, theoretisch schon. Irgendwas günstiges hier, 600. 400. Ich guck, das wird fast reichen. Wir fahren nicht im Moment mit, wie wir gerade gesehen haben, mit einer Trommelbremse. Das könnte vielleicht die Probleme erklären, die wir in manchen Kurven haben. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal ein normales Rennen. Hoffen, dass wir da jetzt nicht 90 Grad Kurven die ganze Zeit haben. Bis zu 90 Grad, dass wir 180 Grad Kurven. Dann kriegen wir vielleicht... Ja, kriegen wir ein bisschen geiler. Dann können wir uns natürlich eine bessere Bremse mal leisten, weil dann hat die Karre vielleicht so was wie eine Kurvenlage. Ja, vielleicht kriegen wir einen guten Start. Guter Start. So, schauen wir mal, ob es einfach an der Strecke lag. Ja, klar, entweder... Ja, geil. Front direkt nach der S-Kurve, noch nicht mal nach der S-Kurve im Arsch. Sie sind noch nicht mal eine Kurve gefahren, meine Freunde sieht aus wie Sau. Ich finde es gut, dass man den Gegenverkehr auf der Map sieht. Das ist ganz geil sogar. Kann man jetzt gerade mal jemand erklären, warum die gerade so effizient auf die Laterne zugehalten haben? Also beide haben mir wirklich konsequent diese Laterne angelenkt. Ich kann euch jetzt sagen, die Karre fährt sich wieder komplett anders. Das kann doch nicht an der Map liegen, dass das Ding da so komisch sich fährt. Also jetzt ist das Ding wieder vom Handy wieder ein Traum. Bremsen aufbremsen. Ja, die Bremsen packen auch wieder. Okay, die Handbremse stehe ich noch nicht so ganz. Warte mal, ich gehe mal die Kurve rein. Dann funktioniert... Warte mal. Warte, funktioniert nicht. Sobald ich lenke, funktioniert die Handbremse. Warte, jetzt guck mal mal. Zack, Handbremse. Warte, zack, Handbremse. Sobald ich Lenkbewegung mache, geht sie. Wenn du normal gerade ausfährst, ich halte jetzt mal B gedrückt, passiert nichts. Aber sobald ich jetzt lenke, funktioniert die Handbremse. Jetzt kann ich hier so sliden. Also das ist ziemlicher Bullshit. Also meine ich jetzt wirklich, weil ich kann damit mal Kurven driften. Aber ich muss hier erstmal in die Kurve schon eingelenkt haben. Nachteil von der ganzen Sache ist, höchstlich habe ich noch viel zu viel Speed drauf, weil die Handbremse mir ja ein bisschen helfen sollte, dem zu verringern. Das ist ja komisch. Das macht ja auch nicht mehr irgendwie Sinn. Ja, das bitte fixen bis zur finalen Version. Das ist ja letztendlich, glaube ich, nur... Kann ich mir vorstellen, nur ein Befehl im ganzen Spiel, dass man im Spiel sagt, wenn der Kollege auch normal fährt, darf die Handbremse funktionieren. Die muss nicht nur funktionieren, wenn gerade irgendwie ein Lenkbefehl gemerkt wird. Das ist ja Quatsch. Das ist ja vollkommener Quatsch. Krass, dass mir jetzt das auffällt. Warte? Sag Handbremse, ja. Sobald in die Kurve geht, ist alles easy. Hatten Quatsch. Das können Sie aber gerne auch erarbeiten, weil die Handbremse würde ich gerne auch mal, je nachdem, wenn du zu spät in die Kurve kommst, kann man das ja auch mal nutzen, um die gerade noch reinzubremsen. Ein bisschen aggressiv. Also dementsprechend kann das ja dann auch Sinn machen. So, jetzt heißt es ja mal trotzdem, kaufen wir neue Bremsen. Wenn die Karre mal so was zum Stillstand kommt, könnte ich auch reinkommen, aber da werden wir gerade bei dem Duellrennen nicht auf und fahren. Ich glaube, sie treiben sogar total von Obsolet, weil das soll passieren. So, Werkstatt. Einmal dahin. Wir brauchen Felgen jetzt, ich meine Bremse. Können Sie die neuen Leute immer noch nicht leisten, aber ist mir egal. Ich nehme jetzt hier die von... Ich glaube, die... Oh, Stoppick geht auch. Nochmal Bremsen. 0,41 bringen die. 0,41. Die bringen alle gleich viel. Das ist total scheißegal. Sehe ich das richtig? Krass. Ich glaube, die bringen unterschiedliche Leistungen. Bringen sie aber nicht. Dann ist ja voll egal. Dann nehmen wir... Nehmen wir die hier. Die finde ich am schönsten, auch wenn sie so weiß ist. Ich finde sie trotzdem... Super, die sieht man natürlich momentan so gut, weil wir momentan Stahlfelgen noch fahren. Aber, sobald wir richtig schöne Felgen fahren sollten, die mittlerweile echt gut Geld kosten, können wir auch dann... Dann sehen wir noch eine schöne Bremse. So, jetzt gucken wir mal, ob es dir jetzt nicht besser geht. Ich habe schon mal jetzt mal um die Ecken kommen, aber ich glaube immer noch nicht. Und auch die Bremse packt. Ja, es gibt sowas wie eine Bremse jetzt. Ich weiß jetzt auch, wie ich die Handbremse benutze. In dem Fallen kriege ich die Karre jetzt auch rum. Weil ich einfach weiß, wenn ich lenke, kann ich die Handbremse ziehen. Sag mal, Joel, aber hast du irgendein Problem mit mir? So, weil ich weiß ja jetzt keine Handbremse, weil ich lenke, kann ich sie ja benutzen. Da kann man nicht so schön reinschmeißen, das Ding. Man muss halt nur schon in der Kurve sein. Sobald man das weiß, kann man damit auch umgehen. Aber naja, wenn man aus jedem anderen Rennspiel der Welt kommt, ist das halt ein sehr ungewohntes Feature. Aber die Bremse packt gut. Ja, das ist schon besser. Ja, guck mal hier. Sind wir schon an Roberto dran? Ja. Roberto Blanco. Ja, im Honda Civic. Ist ganz schön schnell, fällt mir auf. Junge. Haben sie ein leichtes Leistungsproblem, glaube ich schon. Da habe ich mal kurz eingeschoben. Ich wollte mal Bescheid sagen. Wir sind da. Haben wir noch ein paar Runden. Da wird man aus der Vorn ein bisschen Kacke baut, weil auf gerade ist der leider ein bisschen schnell. Knapp vorbei. Ich bin in ihn reingefahren. Knapp vorbei ist immer nicht berührt. Ja, meinte auch, ich bin bis zu streng mit dem Spiel. Da meinte auch, dass die Crew zwei Playbacks sind ja auch weit von den perfekten entfernt. Ja, aber trotzdem muss es ja ein bisschen mal die Spiele vergleichen. Ich weiß, sie sind auf keinen Fall perfekt. Die Crew zwei und Payback haben auch einigen Fehler. Aber man muss halt trotzdem so ein bisschen Maßstab setzen. Boah, ich bin so ein richtiger Assi-Fahrer. Aber letztendlich war es nicht so viel meine Schuld. Er ist so ein bisschen vor mich gefahren. Ja, okay. Da habe ich gerade Karma bekommen aus dem Vierter gerade wieder. Und jeder andere ist jetzt auch an mir vorbei. Geil. Super. Vorletzte Runde und ich bin Vierter. Ja, ist doch gut. Das macht doch Spaß. Das Spiel ist hier nicht kompletter Scheiß. Es gibt Spiele, die sind schlimmere Totalausfahrer. Wie gesagt, vielleicht auch dieses Ultimate Destruction Ding war eine Perversion der Rennspiele. Dagegen ist das Ding hier wirklich schön. Aber wie gesagt, die Marke ist vielleicht ein bisschen groß gewählt für so ein Game. Aber das Konzept und die Idee ist ja gut. Bäcker ist ja gar nicht. Ich finde das Tuning-System ja super gut. Da können sich gerne viele Spiele überschneiden von abschneiden. Finde ich super. Aber geht halt einige Sachen, die sonst nicht so ganz stimmen. Kusch dich jetzt doch mal bitte. Ey! Ja klar, kurz was hier noch rumdrehen. Was bist du? Oh, das Rennen wird mich abfacken. Ich merke schon. Ich merke schon, das ist ein richtiges Rennen, wo ich gleich richtig, richtig Hass empfinden werde. So, komm, nächster Versuch. Aber ich habe irgendwie trotzdem Box durchzuzocken. Ich habe irgendwie Bock, diese Karre voll aufzubauen. Das motiviert mich irgendwie. Das ist ganz, ganz komisch. So, ein bisschen Carnage hier am Anfang. Schön, man kann die Gegner so leicht rumdrehen. Das kann man so ein bisschen seinen Vorteil nutzen. Andersrum nutzen die Gegner das auch so ein Vorteil, wie wir ja gerade in letzter Runde gemerkt haben. So, warte mal hier ein bisschen. Oh, Alter, es tanzt die Karre aber auch. Hinnendurch, ein bisschen angeeckt. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen angeeckt. Das war aber nicht nur ein bisschen angeeckt. Oh, schön, wie das alles so vorne rausquillt. Wie sind auch geplatzt da? Lecker, lecker. Guten Appetit euch allen. Civic-Fahrer sind ganz schnell. Olivia und Roberto. Ne, das sind ganz schnell fahrer. Und ich möchte betonen, dass mein hinterer Kurflügel hinten links, hinten rechts, minimal, nicht mal in seiner Originalposition ist. ist ein bisschen schmaler geworden, der Wagen. Und meine Stoßstange wackelt ganz schön hart. Die müssen wir auch noch wechseln. Aber wir haben jetzt schon einen großen Flügel und eine geile Frontstoßstange. Nächstes Mal haben wir jetzt mal geile Felgen, weil die Stahlfelgen, das sieht schon leicht schäbig aus. Das müssen wir auch jeweils nächstes Mal an. Als nächstes sind erst mal Felgen angesagt. Vielleicht auch ein bisschen auf Leistung noch gehen. Ich kann schon mal sagen, das Felgenmenü ist leider nicht so geil, weil Felgenmenü ist über Niveau super weg, dass du komplett durch alle Felgen durchgehen musst. Finde ich bei Pellweg auch absolut scheiße. Hier ist es halt nur ein bisschen längsamer, das Video. Das macht es nicht unbedingt besser. Aber heißt es auf jeden Fall, Felgen auswählen ist, das kann Niveau Speed auch nicht. Ich weiß nicht, warum man die Felgen nicht einfach nach Herstellern sortiert. Das ist mir jedes Mal ein Rätsel. Das wird es dem Spiel deutlich einfacher machen, aber naja. Ich kann ja nicht alles haben, ist ja kein Wunschkonzert. So, aktuell sind wir Runde 4, ich führe. Das hält noch nicht lange, wenn einer der Gegner meint, wieder ein bisschen mit meiner Heckpartie rumspielen zu müssen, dann haben wir das schneller verloren, als ich gucken kann. Das ist kein Lied mit Sängern oder so. Das ist alles immer nur so Hintergrundbeats, nennen wir es mal. Ich habe das Gefühl, es ist die von Epidemic oder sowas mit Sicherheit stammen. Oder irgendwie nur Copyright Zone. Das haben sie aber Kamenkenning Simulator auch, da fand ich es ja gar nicht so schlimm. Weil, da war so die Lieder stört nicht, sie war immer trotz eine gute Atmosphäre und wenn der ein bisschen Geld gesperrt, was er sehr gut ausgeben hätte, weil es kostet ein bisschen Geld, so Lizenzen dafür zu kaufen. Aber, obwohl man natürlich sagen muss, dass das bei so einem Spiel dann vielleicht doch mit Lizenzmusik gerne sein könnte. So, obwohl man kleinere Künstler nehmen kann, dann wird das ja nicht so teuer. So, ein bisschen Geld kriegen wir wieder dazu. Ansehen gibt es auch nochmal ein bisschen oben drauf, sehr gut. Können wir uns noch was leisten? Ich gucke gerade mal. Wir können mal gucken, ob wir irgendwas leistungstechnisch mal gehen können. nochmal. Obwohl, wie gesagt, ich möchte eigentlich echt gerne in Felgen investieren. Können wir auch machen, oder? Ich glaube, wir warten noch bis Felgen, oder? 3.6. 3000, das günstigste oder geht es ein bisschen billiger? Ah, hier hinten gibt es welche für, ah, es gibt auch welche für 900 und so, okay. Müssen wir mal gucken, was wir gleich nehmen. Ich habe nämlich noch keine Ahnung, gibt es noch nicht sauviele Auswahl, aber wie gesagt, es ist nicht sortiert nach Felgen. Es ist schon nach Herstellung und sortiert, aber nacheinander. Es ist ein bisschen ungünstig. So, Grundkursrennen steht an. Also, bist du ein bisschen umständlich, ja, ist schon umständlich, ein bisschen lästig, da durchzugehen. Vielleicht, weil die jedes Mal mit dieser Animation lebt, was ja nicht schlimm ist, ich finde die Animation cool, aber, dass er die jedes Mal abspielt, ist halt ein bisschen, das sah ja gerade aus, wie jeder, oh, wir haben, oh, wir haben geliehen, das Auto sich gerade, wow. Z4-Verschnitt fahren wir, nice. Z4-GT-86-Verschnitt, das war der erste Wagen, den wir so gepostet haben, mit dem G-86-Gack, jetzt ist der Kollege hier, von vorne sieht er aus wie Z4, also, sah in dem Fall jetzt, Entschuldigung, ich habe da gerade mal ein bisschen was geändert, aber Alter, haben wir viel Nitro, und die Vordermänner auch, das sieht aus wie jeder beste Fasten Furious Film, Alter, ey, die Bremsen sind, kein Scheiß, also, Bremsen in dem Spiel sind die absolute Scheiße, das ist ja der Wahnsinn, wie eine Bremse nicht funktionieren kann. Was ich ein bisschen schlimm finde, beim Nitro verwischt halt alles, selbst die Checkpoint-Flaggen, das sieht ein bisschen nach einem Anfall aus, als hätte meine Grafikkarte gerade einen Grätscher. Es fährt sich aber leider gut, also bis aufs Bremsen, die Bremsen sind in der Karastrophe, aber sonst macht es Spaß zu fahren, das Handy ganz nicht passt sonst. Es wäre fies, sich darüber zu beschweren, dafür spielt es nicht zu gut, ich komme nicht rum, wie kann man denn so untersteuern mit Front und Heckantrieb, Alter, das gibt es ja gar nicht. Alter. Man sieht aus, die Reifen hier erstmal blockieren, ich weiß auch nicht warum. Ich habe kein ABS an, aber das kann man eh nicht ausstellen, es gibt ja keine Fahrhelfen. Danke, vierter, theoretisch kann man noch ein bisschen was aufholen. So, dritter, da haben wir noch eine Runde, alles gut. So ein bisschen anstrengend, die ersten Beine sind ja da vorne. Noch ist das nicht verloren. So lange fange ich mir mit dem Z4-GT86-Verschnitt auch ein bisschen ein. Jetzt haben wir gerade das Nitro, das können wir hier mal kurz durchladen. Man muss halt saufrüh bremsen, ey. Wenn man hier die Kurven vernünftig bekommt. Und vielleicht noch nicht gegen Wände fahren, das wäre auch ganz hilfreich. So, zweiter sind wir schon mal. Mal sehen, ob wir ihn hier auch noch kriegen. Hallo, lenkt doch bitte ein! Der Erfahren sind teilweise, ey. Ich glaube, den kriege ich nicht mehr. Der Erste zieht das jetzt durch, der Zweite zieht auch noch mal vorbei. Ich habe echt mit dem Bremsen zu kämpfen, kein Scheiß. die Bremsen sind mein Hauptproblem hier im Spiel. Hallo, Händen legen, bleib bei mir. Gut, wären wir Dritter, können wir auch erstmal mitleben. Also, ich habe in dem Wagen jetzt echt meine Probleme gehabt. wie gesagt, keine Ahnung, was los ist, irgendwie da funktioniert der Trigger nicht richtig, dass er den nicht richtig angenimmt. Also, irgendwas ist, wie gesagt, die Reifen blockieren auch er endet in eine riesen Rauchschwade, aber du wirst halt nicht langsamer. Also, nicht so viel, wie du erwartest. und das ist ein bisschen, ne. So, wir fahren mal weiter. Na, dritten Platz, Code, ist auch okay. Äh, Arcade Ways? Oh, da gehen wir mal rein, was auch immer ein Arcade Ways ist. Gott, jetzt viel Spiele. Okay. Wir haben Kontrollpunkte. Ah, okay, also wir haben Checkpoint-Rennen, wir haben Zeit-Rennen und dann haben wir Arcade Ways ist hier. Ah, deswegen die am Arcade-Automaten, wo ja auch der Zeit abläuft und, ähm, du in der Zeit eben Checkpoints absolvieren musst. Wie am Arcade-Automaten halt, wo du halt dann dafür Geld bezahlst und du im weiteren Spiel kommst, wenn du es in der Zeit schaffst. Das ist ganz cool. Das ist auch ein cooler Modi. Finde ich gut. Da haben wir ein paar schöne Ideen drin. Also, ein paar Ideen haben sie, aber wie gesagt, ich schätze mal, das Budget und natürlich, absolut hier, Big-Doc-Size, sind wir mal ganz sicher, nicht gereicht hat. Ich weiß ja nicht, von welcher Seite aus, das kam auf Super Street, da so einen Druck gemacht hat. Ich kann mir das kaum vorstellen. Aber von irgendwo muss Druck gekommen sein, weil die, weil da muss irgendein krasses Ziel gesetzt gewesen sein. Ja, je nach drei Monaten wollen wir ein Spiel haben. Also, einer, auf jeden Fall, der Auftraggeber hat keine Ahnung von Spieleentwicklung, weil er anscheinend nicht weiß, wie lange so ein Spiel mal braucht. Bis das, sagen wir mal, halbwegs in einem Zustand ist, dass du es rausbringen solltest. Die Musik ist gerade gut, ist nicht gut. Wie gesagt, es macht ja Spaß und dabei keine hohen Ansprüche haben und man sollte keine 50 Euro da verlangen. Ich könnte sagen, dass das 20 Euro kosten würde. Ich würde immer noch sagen, ja, okay, holt es euch, komm, das ist okay. Kann man machen, das ist noch legitim. Der Verkaufspreis ist halt so eine Sache, wo man sich so hart ins Knie schießt, weil man sich halt auf dem selben Level wie andere Triple-A-Games setzt oder wie mit Triple-A-Games setzt und das sehe ich als sehr, sehr schwierig und sehr mutig an. Das wird, ich glaube, das wird dir in das Genick brechen. Also in der Verkaufswoche, ich sage es euch, für 50 Euro wird das Ding sowas von auf der Ladethek geblieben bleiben, was letztendlich auch vollkommen rechtfertig ist, weil, wie gesagt, 70 Euro sind zu viel. 70 Euro, 50 Euro. Man muss ja Umfang berechnen, dann muss man auch ein bisschen das Spiel natürlich anschauen und, ja. Da fahre ich jetzt überhaupt noch weiter. Wir haben eh schon geholfen. Komm. Bleiben wir da einfach stehen. Die 10 Sekunden warten. Das geht ja immer weiter. Das ist ja gerade viel zu einfach. Ich fahre ja gefühlt die ganze Map gleich ab. Das ist doch halbwegs okay. Auch wenn da ein bisschen was in der Luft schwebt, aber die Idee man schauen ist mir definitiv auch cool, obwohl ich es nicht brauche. Es ist recht beim Schöningrandspiel, wo ich mein Wagen schön aufgebaut habe. Brauche ich das nicht so sehr. So, wieder ein bisschen Geld nochmal oben drauf. Aber schön, man kriegt nicht so viel Geld. Also daran können sich Forza Horizon und Need for Speed ein Beispiel nehmen. Man braucht wirklich Zeit, um sich ein Auto aufzubauen. Und das finde ich gut. Man kriegt kein Geld zugeworfen wie bekloppt. Man kriegt nicht Teile zugeworfen wie bekloppt. Also an sich, das Konzept, dieses Hocharbeiten, finde ich hier viel besser als bei den anderen Spielen. Ein neues Event verfügt. Es ist Zeit für den nächsten Schritt. Hot Import als heißen, dich bei ihm ein neues Event bekommen. Mal sehen, wie du dich schlägst. Ja, den Namen kennt man noch aus Juice 2. Da waren die auch mit Titel im Spiel und das war nicht gut. Juice 2 war auch nicht gut. So, das haben wir auch frei. Wir haben ja 1000. Können wir mal gucken. Vielleicht haben wir ja Felgen, aber ich sage, für auch für 1000 Taui. Können wir machen. Ich gucke gerade mal, ob wir hier für Taui irgendwas Schickes beihaben. Gucken wir mal, wo Movo Spyder hat. Nein. Movo Streaml ist auf keinen Fall. Nein. Auch nicht. Ich glaube, jetzt wird es schon schwierig, ne? Ja, das Menü ist so ein bisschen hakelig. Oh, wir haben noch Sparkofelgen. Nice. Tamek. Ofeo. Oh, XXL. Oh, warte mal. Ich glaube, die einzelnen sind so ein bisschen die Japan Racing, die ich drauf habe, ne? Hier, die sind so... Also, ich habe die Japan Racing J11 auf dem Audi drauf und von XXL gibt es ja ähnliche. Komm, die nehmen wir für 7,50. Dann haben wir jetzt mit Felgen drauf. Dann haben wir jetzt mal mit Felgen drauf. Oh, das sieht doch schon viel besser aus. Die kann ich hier schon erfahrbar noch ändern, ne? Oh, ja. Ich kann mal ein bisschen gräulicher machen, oder? Was gibt es sekundär? Oh, warte mal. Ne, warte mal. Wie ändere ich denn? Wie ändere ich denn auf sekundär? Ah, okay. Mit Y, okay. Dann habe ich einmal einen äußeren Kranz und den inneren Kranz. Das ist natürlich geil, aber ich würde gerne beides gleichmäßig haben, glaube ich. Obwohl, vielleicht... Oh, warte mal. Nein, wir machen die schön Wagenfarbe in... Kostet nochmal 200. Jetzt haben wir Pleite. Sehr gut. Aber hey, goh, hier. Radaufstimmung war das gerade. Da kann ich trotzdem noch hin. Genau, wir wollen nämlich die Felgen ein bisschen größer haben. Das kann man Gott sei Dank freiwillig. Das kostet nicht nochmal extra. Ne, 19 ist schon okay. 19 ist schon okay. Natürlich, Reifen kann man natürlich auch noch kaufen. Das gibt es natürlich auch noch. Da müssen wir auch gucken, weil die geben natürlich auch nochmal Grip demnach. Deswegen müssen wir da mal schauen. Aber jetzt haben wir erstmal Felgen drauf. Das sieht doch schon mal um Länge besser aus. Die Schuhe für das Ding finde ich gut. Auch wenn die Reifen immer noch viel zu viel sind. Also eigentlich haben wir noch viel zu viel Reifen. Hier müssen wir viel mehr Zoll fahren, aber 21 Zoll. Das sieht ja vollkommen bescheuert aus. Guck mal. Klar, eigentlich sag mal so, von dem Reifenumfang, den drumherum hast, wäre es sinnvoll. Aber mit der Proportion zum Wagen passt halt null. Da passt halt passt halt null. Kommt noch mehr Grad Sturz. Ja, ich weiß. Ich habe auch schon Kommentare gesehen, dass ich darüber beschwert habe, dass ich mit dem Sturzwaren noch wieder aufhören soll. Nein. Aus solchen Gründen alleine jetzt schon nicht mehr. Jetzt mache ich weiter damit. Ende der Diskussion. So, jetzt mache ich das Recht damit weiter. Gut, wir haben noch einen Sprint haben wir noch. Dann haben wir die nächste Meistjob auch schon durch. Ich werde mal gucken, wie viele es da überhaupt gibt. Ach krass. Das ist ja wie Free-Roar. Wir haben Checkpoints, die müssen wir abfahren, wie wir wollen. Okay, es gibt sogar ein bisschen wie Freifahrt. Ich meine, es gibt auch Trues, also es gibt eine leichte Freifahrt, die in unterschiedlichen Abschnitten. Die Freifahrt hat aber keine Verwendung. Die ist auch, glaube ich, bei Multiplayer nicht mit drin. Also dem Sprengen ist eigentlich egal. Ich würde ja bremsen, wenn ich könnte. Ich glaube, C hätte ich halt erst anfahren sollen, ist egal. Jetzt fahre ich erst mal A, dann B. Erst mal B, dann A. Und dann ballen wir irgendwie noch zu C rüber. Aber ich glaube, das war schon, ich weiß nicht, ob es so eine gute Routenwaage gewesen ist. Ich würde ja gerne wenden, ohne die Karriers mal in die Wand zu zimmern, aber es funktioniert halt nicht. Ja, ich glaube, ich hätte C als erst anfahren sollen, das hätte zu viel Zeit gekostet. Schauen wir mal, ich werde jetzt mal hier außen rum mal gucken, wie lange wir zu C brauchen. Aber wenn wir noch eine schöne Heckschulstange drauf haben, könnt ihr... Ja, ich fahre hier gerade vollkommen falsch. Ich fahre gerade vollkommen falsch, sehr gut. Okay, also erst C. Dann nehmen wir SC mit. Ich finde das Nitroide geil, Alter. Das ist einfach so eine riesige Stichverlamme, saugeil. Das mag ich wirklich, das mag ich Positiv, das ist nicht negativ immer wieder. Mag ich jetzt schon wieder falsch? Ich kann ja den vorne links abbiegen, ich hoffe, das ist richtig. Er ist gerade weggeflogen. Oh, ja, ein bisschen. So ein Stück Auto. Aha, schon wieder falsch, Alter. Ja, wir kennen mal die Map einer. Okay, nicht da vorne rein, sondern erst danach rein. Wir lernen draus und dann kommt's. Ich glaube, das Kennzellin kann man den noch abmachen. Ich hätte den hinten sogar lieber clean. Ich glaube schon. Ich glaube, es wäre cool, aber da können wir einen anderen gucken. Ich meine, das Kennzellin kann man den abmachen. Und hier kann man gar nicht links, sehr gut. Dann fangen wir hier längs. Aber vielleicht fahren wir erst zu A und dann zu B und dann zu C. Genau, machen wir so. Ich glaube, das könnte auch gut klappen. abfahren. Ja, ich probiere mal die Route. Kommen wir jetzt hier rein zu B. Klar war eine Wand, sehr gut. Karre vollkommen am Arsch. Auch schöne Bremsscheiben haben wir hinten, wollte ich mal erwähnen. Was für Zeit schon wieder saueggen, Alter. In der Nächste links. Dann können wir es jetzt stehen. Das können wir doch gar nicht sch... Alter, wenn ich jetzt die Kamera nicht jetzt mal gegen irgendwelche Pfosten zimmern würde. Lass mich fahren. Wir können das doch schaffen. Das ist auch knapp. Aber wir sollten es schaffen. Wir sollten es schaffen. Wir sollten es schaffen. Wir sollten es schaffen. Ja, wir schaffen es. Sehr gut. Karre zweimal komplett total schadenzerlegt. Was lustig ist, wir haben die Karre auch relativ tief gelegt. Im Rennen ist die komisch wieder höher, weil wir nochmal auf die Fahrer überachten. Das ist nicht die Höhe, die wir eingestellt haben in der Garage. Das ist nochmal ein kleiner Unterschied. So, warte ich mal kurz gucken. Ich meine, man kann auch das Kennzeichen abmachen. Das eine Rennen müssen wir nochmal fahren. Das sind wir natürlich nicht erster geworden. Da müssen wir jetzt nochmal gucken, ob wir vielleicht nochmal ein bisschen Performance rausholen. Was bei der Häckscherstange? Oder kann man es hier irgendwo extra machen? Nur mal ein Schild, da. Aber du kannst auch abmachen. Dann machen wir es ab. Das sieht irgendwie geil aus. Finde ich irgendwie cleaner. So, wir gucken jetzt mal kurz nochmal Leistung. Motor. Ja, Motor können wir theoretisch ein größerer machen. Wir können aber auch, ja, da können wir nichts machen. Lufteinlass können wir machen. Schön Luftfilter drauf auf einen total verrosteten Motor. So macht das Sinn. Machen die alle gleich viel? Machen alle wieder gleich viel. Es ist wieder, keine Mann, leider alle immer gleich viel. Also es ist relativ dann immer so einfach, wie man es am liebsten hat. Nehmen wir den mal. Am liebsten, ach komm, nehmen wir hier den von der Plexi, den roten Pilz. Der ist gut. So, haben wir ein bisschen noch Leistung rausgeholt. Ladelauf, Kühler geht nix. Bremslage haben wir schon. Stabi ist jetzt nicht so wichtig. Gewindefahrwerk. Brauchen wir nicht. Wir können die Karre jetzt schon runterschrauben, was komischerweise der Fall ist. Und das ist Leistung, ne? Getriebe. Okay. Ja, das macht alles gleich viel. Dann können wir einfach hier von der Plexi einbauen. So, jetzt ist die Karre ein bisschen schneller, weil ich will die eine Mannschaft nicht noch gewinnen zumindest. Hier, nämlich Import Tuner will ich zumindest Sieg abschließen. Wie viel haben wir denn? Eins, da haben wir noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ein bisschen was haben wir zu tun. Ich bin mal gespannt. Ich gucke mal, ob ich es komplett durchziehe. Wie gesagt, ich weiß noch nicht. Aber wir schauen mal. Wie gesagt, momentan haben wir es nicht Bock und ich will eigentlich, teoretisch hätte ich die Karre gar nicht tun müssen. Wir werden fahren mal eh gar nicht das Auto. Fahren wir den hier, mit dem ich überhaupt nicht klarkomme. In der Spielkäse-Granstellung gibt es keine, falls sie passiert. Ich habe zumindest keine gefunden. Ja, yo, okay, ja, ja, ist okay, kann ich wieder auf den Boden. Alter. Noch einmal. Ich nehme jetzt gerade einmal kurz komplett durch die Wallachai gejagt worden. Das Schöne ist, wir kriegen jetzt gleich Geld dafür. Also ich will das ja gewinnen, weil wir manchmal auch nicht kriegen wir gut Asche. Und das würde für mehr Leistung sprechen. Schön, halbe Karre wieder vorne demontiert. Geht, das ist ja ein Problem. Seht ihr, wenn ich es blockieren? Nein, das ist weiße, das sind die blockierenden Reifen. Wir rutschen halt einfach alle wie so aus. Wie auf Eis fahren beim Anbremsen. Alka, die Bremse war früher. Ja, muss ich mich auch mal angewöhnen. Dann geht das schon. Aber ja, also im Verhältnis zum Lenken und zum Beschleunigen wirkten die Bremsen halt nicht passend. Die müssten halt auch genauso archatisch sein und viel, viel besser reagieren. Viel krasser. Anbremsen, weil der Karre will gar nichts machen. Ja, doch in der Kurve ein bisschen. Jamie, verpiss dich. Du bist sechster. Wie kannst du denn vor mir sein? Hä? Für dritte, aber Jamie. Das gibt gar keinen Sinn. Wie kann... Okay, ich spiele weil es gerade selbst nicht mehr, wo wir hin sein. Pups, da habe ich gerade einen Passant, wenn ich die Luft kataportiert. Und ich habe das Gefühl, dieses Rennen werde ich nicht gewinnen. Alter, komm rum! Ja, noch mehr runtergeschmissen. Sehr gut. Wait, we thank you, bro. Jamie, verpiss dich. Ich muss hier auch wegrammen. Du musst viel früher bremsen, ey. Das ist so ungewohnt. Können wir eure Karre nicht mal wegwerfen. Ihr könnt das ja sonst so gut. Da fahren wir schon so eine brutale Karre und es passiert nix. Ich soll hier den Sieg holen. Die sind viel zu schnell, Alter. Jetzt mal kein Scheiß. Die fahren da vorne ihr eigenes Rennen. Ich bin komplett außen vor. Alter, ich stehe auf der Bremse und es passiert nix. Oh, schön. Da habe ich mich schön in die Kurve reingestellt. Sehr, sehr gut. Schießen wir die nächsten einfach auch noch ab. Wenn ich da rankämen würde, wenn ich die Kurve kriegen würde. Dann würde ich die ja lieb gerne abschießen, aber es funktioniert leider nicht. Okay. Okay. Ich komme da nicht mehr ran. Wir werden jetzt Zweiter werden. Da fahre ich das Ding natürlich nochmal offscreen, weil das tue ich mir jetzt nicht noch auf 50 meine Aufnahmen an. Alter, das gibt es nicht. Ich will ja eigentlich nur den Meisterschaft kriegen, weil wir dafür Geld bekommen. Das ist halt geil. Mann, 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 ey. Das ist relativ tricky, ey. Ich habe echt mit dem Wagen zu kämpfen. Das ist mein größtes Problem, glaube ich. Der Wagen ist mein größtes Problem. Aber ich würde trotzdem sagen, ich wäre es noch raus für die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns in der Kommentar wieder. Bis dann, tschö, tschö. Bis dann.